Hallo zurück, liebe Internetzuschauer, zusammen mit Well und Lahn. Genau. Kleiner Trick, ich zeig's kurz, kleiner Trick auf der Karte. Wir sind ja immer noch im verseuchten Biom, in dem ersten verseuchten Biom, in dem noch nicht so schlimmen. Und auf dem Wasser zählt das nicht. Da das eine Straße ist, die auf dem Wasser ist, zählt es hier nicht als verseuchtes Biom. Deswegen haben wir uns kurz ausgezogen, erfrischt. Und jetzt ziehen wir unsere Klamotten wieder an. Ja. Und gehen ins verseuchte Biom rein. Was soll denn hier so zu looten sein eigentlich überhaupt? Verschiedene Dinge. Regenmantel an. Oh, rechts rennt irgendwas sauschnelles Leuchtenes rum. Der hat sich eben bewegt, der ist sauschnell. Das ist, glaube ich, derselbe, den wir vorhin auch hatten. Den müssen wir vielleicht nicht machen. Der ist sehr schnell. Nehmen den Feuerwehrmann da. Guck mal. Wollen wir den machen, oder was? Ja, hier gibt es halt die Bossgegner und hier gibt es den geilen Loot. Wir müssen es schon machen. Feuerwehrmann ist tot. Der andere ist auch tot. Geh mal gucken, was es überhaupt war. Firefighter. Erradiated Boss. Okay. Da ist nichts drin gewesen. Ach. Ja. Den Pilz nehmen wir aber mit. Das sind die Sachen, die wir suchen. Radiated Boss und wir brauchen, wenn wir hier drin, ein halbwegs intaktes Gebäude finden. Da geht der Prank ab. Da sind die schweren Jungs und da gibt es auch den geilen Loot. Also fahren wir. Ah, verdammt. Na. Was ist los? Oh, hier ist wieder ein riesen verseuchter Hygiene. Ich falle wahrscheinlich gleich durch den Boden. Ich habe hier einen Konsolenfehler gehabt. Oh man. Da muss ich von ausgehen, dass ich gleich durch den Boden falle irgendwo. Okay. Ja, mal gucken. Noch geht es. Aber Konsolenfehler ist nie gut. Warte mal. Hier drüben ist was. Oh, oh. Jetzt kriege ich aber richtig schwere Konsolenfehler hier. Ja, du lässt mich nicht auf der Stelle. Ich bin raus aus dem Spiel. Astra, kannst du mal eben auf mich aufpassen? Dann locke ich mich aus und komme wieder. Siehst du mich hier irgendwo? Ja, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Springe ich für dich? Nee, ne? Nee, du stehst. Alles klar. Ich gehe mal eben raus. Ach, ich muss das Spiel komplett beenden. Glaube ich. Leider. Razer, hallo. Das geht ja leider nicht anders. Ich glaube, ich muss es dann komplett beenden. Ich hoffe, ich überlebe so lange. Es wird ja auch bald dunkel. Wie spät ist es denn jetzt? 18 Uhr, 38. 18 Uhr, alles gut. Das soll jetzt nicht unverschämt wirken, aber wenn ihr wieder zu Hause seid, könntet ihr all eure Oranium ins nächstgelegene AKW bringen und es einmal laufen lassen. Das können wir eigentlich mal machen. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass die Psyche in den Keller geht, wenn man hier in diesem Gebiet ist? Nee. Dann tue ich es jetzt. Okay. Das Schlimmste an diesem Biom ist, dass die Psyche in den Keller geht und man richtig verrückt wird. Also irgendwann wirst du crazy und fängst an, um dich zu schießen und so. Ja. Irgendwann? Ich bin noch bei 30 Prozent jetzt. Mehr habe ich nicht mehr. 29. Es geht bei mir straight away nach unten. Ja, aber wenn man einmal stirbt, dann bist du ja sowieso auf 20 runter. Also sowas kommt ja vor. Oder meinst du, das geht jetzt straight weiter auf 0 zu? Richtig? Ja, ja. Das geht runter. Das geht runter. Ich habe auch keinen Gebets-Teppich dabei. Da hatten wir es vorhin. Geiler Neu-Taschenlampe. Ja, da vorne sind die schönen Sachen. Wie ich wieder die Werkbank verkloppen. Ach, das war ein Bedauerlicher. Ja, ich lade immer noch das Mail-Menü. Also das Problem ist, ach nee, ich bin ja, ach nee, mein Charakter ist ja gar nicht drin. Ich bin ja ausgelockt dann. Ja. Immerhin etwas. Ich brauche leider noch ein bisschen, bis ich wiederkomme. Das ist schade, dass es dann ab und zu abstürzt hier. Liegt sicherlich am Mod. Aber ich sage mal, die Spiele-Grundlage ist ja nicht auch nicht unbedingt die beste, die man haben kann. Ja, Abend. Ah, jetzt weiß ich wieder, was das war. Was war es denn? Fuck. Das ist ein Spinnenhort. Ein was? Er sagte Spinnenhort. Beschreib es mal. Wie sah es denn aus? Es sieht aus wie bei den Schlümpfen. So ein Haus mit so roten Punkten. Und da kommen radioaktive, dicke Spinnen raus. Okay. Okay, ist Aldo da, lieben Groß übrigens. Habe ich mich doch ein bisschen erschreckt. Wo bleibt er well? Ich bin connecting to server Asrak. Super. Da ist es. Schlumpfhütte. Das ist der Spinnenbau. Tja, so sieht es Aldo aus, wenn er nicht geschminkt ist. Ich konnte es jetzt leider nicht selbst sehen. Was sagt, du sollst aufhören, an die Pilzen zu lecken. Ja. Aber dann sammle ich mal die Pilze in der Umgebung ein. Ich muss die Quest nicht aktivieren. Die Quest kannst du, glaube ich, auch absolvieren, wenn die nicht als Active angezeigt wird. Die versaut mir nur nachträgliche Screenshots. Quest kannst du, glaube ich, auch so machen. So, ich bin wieder da, Asrak. Alles klar. Rechts von dir, da ist dieser Spinnenbau. Da liegen jetzt auch zwei Spinnen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich bin nicht bei meinem Minibike. Okay, nee, bist du nicht. Ah, komm zu mir gelaufen. Du bist in der Nähe. Aber hier sind zwei Hyälen, da muss ich an vorbei. Das ist etwas schwierig gerade. Also eine Bosshyäne ist hier. Und eine normale. Vielleicht kannst du mir mal entgegenkommen und dann machen wir zusammen die Bosshyäne. Schon auf dem Weg. Schießt du auf die Bosshyäne, oder? Ja, und ich treffe sie nicht, weil... Ich aber. Jo, sie ist weg. Die Kleine ist auch weg. Komm, komm zu mir. Okay, alles klar. Aber ich kann nicht mehr schnell laufen, weil ich Hüttschlag kriege. Wir sollten jetzt auch Waffen, wenn es geht, irgendwie so möglichst... Also keine Schusswaffen in die Hand nehmen. Ja, 51 Grad. Ich kann nicht mehr schnell laufen. Ich habe 104 Fahnenheit. Aber meine Psyche geht runter. Ich habe nur noch 23. 104 hast du deutlich weniger. Du musst es durch drei teilen. Und dann minus, ich glaube, 30 oder sowas. Ja, 30 hattest du mal gesagt. Also dann hast du vielleicht 20 Grad oder sowas. Ich habe 52 Grad Celsius. Boah! Was waren das da? Feuerbälle da vorne? Ja, das ist die radioaktive. Ich glaube, die Spinne war das. Die kommt auch noch auf dich zu, die Spinne. Ich bin aber nicht sicher, ob die das war. Ja, die ist es. Ja, das ist... Alter! Lauf da weg! Wieso fänden die mich so rum? Ich habe sie abgelenkt. Haut ab! Ich habe völlig gut laufen. Ich hätte... Du hast ja fast in den Schuss gelaufen. Ja, ich rechne mit allem. Aber ich komme nicht schnell weg hier. Hardcore-Rund-Licht. Okay, das P-Hails aus. Meine Güte! 55 Grad. Oh, endlich! Boah, ich muss was trinken hier. Ich muss aus diesem Biom raus. Ich schaffe es gar nicht mehr zu meinem Minibike, glaube ich. Vier Knochen sind im Spider-Boss. Leck mich doch, ey. Vier Knochen? Mehr nicht? Vier Knochen. Oh, kann man nicht angehen, ey. Ja. Lass uns auf die Bikes und erst mal wieder zurück auf den See. Nee, da sind wir erst mal raus aus der Scheiße. Ich kann nicht mehr laufen. Ja, ja. Ich kann nur noch kriechen. Also ich kann nur noch... Also das ist das Schleichtempo, was ich hier habe gerade. Hast du was zu trinken? Ja. Aber bringt nichts. Geht sofort wieder auf Null runter. Also geht sofort wieder runter. Das ist... Ich kann gar nicht mehr trinken. Ich habe Lecks. Ich kann wie... Tuck vielen blöder die rechte Maustaste. Ach, ich bin nicht durstig. Ja, weil ich nicht durstig bin. Geh aufs Bike. Zurück aufs Wasser. Wir fahren zurück aufs Wasser. Ja, machen wir das. Es ist übel hier, weißt du das? Ja, und das ist nur die Vorstufe. Und hier willst du ein Haus suchen? Also wenn hier Häuser... Es gibt hier so angebrannte Häuser. Da ist der mega geile Lut drin. Da sind aber auch die dicken Bosse drin. Du hast ja noch gar nicht die schlimmen Sachen gesehen. So, so. So. In dem Bereich hier ist nichts mehr. Außer einem Fischer. Ein Fischer. Okay. Erstmal Poncho anziehen und alles andere ausziehen. So, das kühlt. Aber ich kühle hier im Leben nicht runter. Also wir können hier wahrscheinlich eine komplette Folge stehen. Ich kühle hier nicht runter. Du kannst den Cowboy-Hut schnell anziehen oder irgendwas anderes? Habe ich nicht. Hast du noch Eistee? Ja, vier noch. Trinken, trinken, trinken. Nee, ich suche mir Stoff. Ich will mein T-Shirt reparieren. Einen Stoff brauche ich irgendwie. Hier muss irgendwo ein Beutel rumliegen. Hast du Schmerztabletten dabei? Ja. Warum? Dann hast du Durst. Wie viel? Weil dann hast du Durst, wenn du die nimmst. Ah ja. Dann kannst du mehr trinken. Ich bin jetzt im Wasser. Kühle ein bisschen ab. Ist zwar so ein bisschen Verschwendung der Schmerztabletten, aber wenn du nur stirbst. Du kannst ja aus Plant Fiber dann auch einen Hut machen. Oder ich kann dir auch einen Hut machen, wenn du willst. Ah ja, aus Plant Fiber? Richtig, ist das aus Plant Fiber, ne? Ja, ja, ja. Ich wollte halt mein T-Shirt nur ganz gerne mal reparieren, weißt du? Aber ich habe nur noch einen Gebütszustand von 24%. Ja, da bin ich auch dabei. Man sollte halt, wenn man in dieses zerstörte Gebiet fährt, dann ein paar Bilder, ein paar Blumentöpfe mitnehmen und dann hier zum Beispiel auf der Straße ein paar Blumentöpfe und sowas, damit du von der Psyche wieder hochkommst. Wir sind auch von der Psyche down. Das ist eine sehr gute Idee. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich auch nicht. Also ich wusste auch nicht, dass es so schlimm ist, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, das ist ja noch nicht das eigentliche Gebiet, wo wir hinwollen. Das ist aber der Vorhof, der Vorgarten. Na, kühle ich denn jetzt rund 38? Jetzt kühle ich runter mit dem Hut zusammen. Und dem Wasser, ja, jetzt kühle ich endlich wieder runter. Also auch recht zügig, sage ich mal so. Mal gucken, ob ich hier irgendwo noch Stoff finde im Loot. Hier ist kein Loot. Doch. Auf der Straße liegt meistens was rum. Da war vorhin ein Rucksack, den habe ich zertloppt. Da kam vier Stoff raus. Oh, zehn Bullet Casings. Du bist auch infektet, Tatsache. Infiziert bin ich auch noch. Mhm. Statt Stage 2. Ich hätte doch mal diese Superspritze mitnehmen sollen. Weil dadurch, wenn ich jetzt auch noch mal Ausdauer, weißt du? Ja. Ich muss gucken, ob ich noch was gegen Infektionen habe. Das ist nicht mein Bike, das ist deins. Meinst du, du hast ein Antibiotikum mitgenommen? Na, kann ich mir gar nicht vorstellen. Habe ich leider schon benutzt, weil ich selber habe es nicht zwei mitgenommen. Du warst ja auch schon infiziert. Ja, ja, klar, durch einen Angriff von denen. Ich bin ja auch nicht drücken worden. Moment, habe ich nicht Antibiotikum mitgenommen? Hattest du mir das nicht geraten? Ja, hatte ich dir geraten. Ne, Antibiotikum habe ich nicht mitgenommen. Ich habe die Jodtabletten mitgenommen. Die brauchen wir doch gar nicht eigentlich, die Anti-Radiation. Nee, im Moment nicht, weil wir nicht Radiation sind. Kriegen wir doch hier wahrscheinlich auch nicht. Es kann halt passieren, dass da angesteckt wird. Die Pilze sind ja interessant. Blumentöpfe gehen nur genau aus Erde und Pflanzenfasern. Moment. Plants. Plants. Potted Plants. Lamp of Clay bräuchten wir dafür. Clay. Ich habe eine Schaufel, eine Schaufel habe ich dabei. Ja, aber hier ist nichts. Wir müssen aus dem Gebiet raus. Ja. Naja. Ähm. Wollen wir jetzt bitte zurück? Erstmal? Ja, ich will überlegen. Also pass mal, wenn du mal auf die... In der Nähe von diesem... Wenn du auf die Map guckst, ne? Da, wo wir eben waren. Da geht so ein Stichweg runter, ne? Geht es vielleicht da zu diesem Spinnenbau, wo du warst? Oder könnte es sein, dass da ein Point of interest ist? Da geht es zum Spinnenbau. Ach so, schade. Ähm, außerhalb des Gebiets fängt eine Stadt an. Die Stadt ist teilweise im radioaktiven Bereich und teilweise draußen. Da können wir ein Lager aufschlagen. Das hast du noch nicht gesichtet. Nee, Asrak. Pass auf. Guck mal auf was anderes. Da, wo wir reingefahren sind ins Biom, ja? Ja. Siehst du, dass da eine Straße genau senkrecht nach Norden geht, durch dieses Biom hier? Hast du das auf deiner Map mit drauf, oder nicht? Mhm. Ja, ja. Das ist Teil der Stadt. Ja, da wollen wir hin, ne? Ja, genau. Also wieder zurück sozusagen. Ja. Und ein Stück erstmal raus. Mhm. Und dann... Genau. Dann lass uns noch die Klamotten wieder anziehen. Oder bist du soweit runtergekühlt? Geht's? Ich bin runtergekühlt, ja, ja. Ich zieh mich gerade um und dann kann es weitergehen. So, jetzt nehme ich erstmal Wasser. Ich esse nochmal eben was. Und nimm noch eine Bandage. Okay, alles klar. Ich kann losgehen. Sekunde, ich muss mich nur umziehen. Und vielleicht finden wir dann da ja auch einen schicken Blumentopf. Es ist auch 21.35, da möchten wir hier auch gar nicht mehr sein, glaube ich. Hm. Ne? Okay, wir können. Okay, go. Also wie gesagt, erstmal wieder raus. Aus dem ganzen der Straße folgen und komplett rausfahren. Ja. Seitdem, wir sehen hier noch ein Kroko, dann halten wir natürlich an. Aber wie gesagt, wir haben genug für zwei weitere coole Montage. Das ist perfekt. Oh, ein Sub. Ein Resub. Dann kann man ja gucken, ob man das heute Abend nochmal hier hinfällt. Go, go, go. Shimai. Vielen Dank für den Resub. Fünf Monate. Mega. Vielen lieben Dank. Danke dafür. Sehr schön. Habt ihr gesehen, wie der sich hingeschmissen hat? Feuerwehrmann? Direkt in den Dreck geworfen. Ja, hast du auch. Bei dir auch? Ja, ja, ja. Oh Gott, die kommen wieder. Ich schmeiß mich hin. Oh Gott, die wieder. Die wieder. Hier sind noch mehr Feuerwehrmänner. Ja, ja. Aber die ignoriere ich jetzt einfach mal. Ja, 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 genau. Wir fahren jetzt erstmal raus aus der Scheiße. Genau so war es. Ach nee, oder? Ich hänge am Stein und kriege jetzt vom Zombie noch eins auf die Lust. Das ist so undankbar. Warte, warte, warte. Wollen wir die Straße hier nach Norden fahren in den Biomen eben und nur mal gucken? Ich mache eine Markierung und bis dahin folge mir einfach. Warte mal, Sekunde. Ich will auch eine Markierung haben. Moment. Bis wohin ist denn? Ich folge dir einfach mal. Genau. Aber hier geht es ja so schön geradeaus, weißt du? So, das kann man ja mal gucken, wo es hier hingeht. Ja, ja, ich... Nanou, bist du von der Straße runter? Nein, 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 alles gut. Ach, alles klar, okay. Wir sind außerhalb dieses Bereichs. Ich steige kurz ab, töte was hier rumsteht. Wieso, hier ist der Bereich gar nicht mehr? Wie schade. Nein, deswegen. Du hast ihn jetzt aber auf der Karte. Und da unten geht es zur Stadt. Die liegt jetzt im verseuchten Bereich. Wir sind genau am Rande, sozusagen. Ein Stück weiter da vorne geht es wieder los. Ah, richtig. Das heißt, hier können wir die Scheiße ausziehen. Und die Häuser da vorne sind aber in dem... Aber da gibt es noch nicht besseren Loot, unbedingt. Das ist halt einfach nur eine Stadt, die da zufälligerweise in dem Mistbiom ist, oder? Genau. Wollen wir uns in der... Weiß nicht, was wollen wir denn machen? Wollen wir in der Scheune überlachten, oder? Das ist die Überlegung. Wir machen jetzt hier ein Häuschen, klar. Das heißt, hier eins auf der Straße müsste das sein. Ja, das bleibt ja nur hier oben eins. Ja, genau. Wir müssen gucken, was wir hier haben. Ja, zwei Scheunen leider nur. Nichts Besonderes. Nee, nichts Besonderes. Dann bauen wir die Scheune um, oder so. Ach, wofür? Warum denn umbauen? Okay, gehen wir erstmal rein und klären das. Sekunde. Okay, Achtung. Oh, ein Rock. Sehr schön. Ist er blau? Äh, ja. Das ist geil. Ja, hier drin ist fette Essen. Mietst du. Wenn du Hunger hast. Äh, habe ich auch noch fünf... Achso, ist du direkt. Mietst du direkt. Ja, ein bisschen Hunger hätte ich. Ähm, in der blauen Box. Mhm. Okay, hier oben können wir uns einrichten. Sonst ist hier, äh, auch nichts. Nee. Ich guck mal nach, ähm, was nebenan drin ist. Ja, die Scheune ist erstmal gekriert. Äh, nebenan ist, äh, ein Leuchter drin. Da leuchtet schon was. Das sehe ich jetzt schon, dass da drin was leuchtet. Mach ich jetzt, glaube ich, mal nicht die Tür auf, ne? Asrak? Nee, nee. Ich kann ja nur Strucke oder ein Leuchter sein. Pflanzenkübel herstellen und so. Ja, genau. So. Und das heißt, wir bauen jetzt erstmal an. Ich hab doch hier... Oh, das Geheule geht mal auf den Sachs. Wird Zeit, dass wir Pflanzentöpfe herstellen. Äh... Wo ist Clay? Wo ist Clay? Ich hol welches. Geradeaus, da unten ist Clay. Und hier rechts ist Clay. Ja, ja, genau. Ich hol welches. Ich steh, schmiere. Wie viel brauchen wir denn so? Nicht viel, ne? Für so einen Pott? Äh, für so einen Pott noch fünf. Ach. Und wir brauchen Erde. Erde? Ja, komm. Dann geh ich einfach einen Meter weiter. Und dann hab ich Erde. Und was braucht man auch? Plant Fibers, oder? Plant Fibers hab ich jede Menge. Hab ich immer einstecken. Geht bei mir nie aus. Dann... Kannst du mir noch ein paar Pettenschleiber... Ach, warte mal. Ich hol mir mal eben... Ne, lass mal. Ich versuch mir gerade welche. Alles klar. An einem Minibag ist noch Licht an. Dann musst du mal gucken, ob du das vielleicht ausmachen willst. Ja, ja. Wegen Batterien mal, nicht nur, ne? Ja, ja, klar. Ich versuch mir mal hier irgendwo Holz. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich versuch mir mal hier. Hier ist es. Ja, ja. Ich versuch mir mal hier. Ja, alles klar. Ja, ja. Hmm. Das Problem ist, dass ich immer noch eine fette Infektion habe. Wir richten uns hier nur einen vorzeitigen Schrittpunkt ein, sonst nix. Naja, aber ich bin ja schon Stadium 2, weißt du? Das meine ich nicht. Das geht auch ganz gut zusammen, ne? Ja, läuft. Kannst du schon Pflanzenpötter herstellen? Ich habe schon sieben. Ich warte nur darauf, dass unsere Wohnung oben fertig wird, dass wir raufgehen können und die da hinstellen können. Okay, ich verstehe. Na gut, ich kann hier unten eben auch mal eben ein, zwei herstellen. Ne, oben, 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 alles gut. Ja, einen machen wir hier, wir stehen jetzt ja gerade hier. Ist das vielleicht auch sinnvoll, ne? Und schon kriege ich einen lachenden Smiley. Wie geil, da steht er schon und freut sich. Ja, wer hat ein einfaches Gemüt, ne? Ja, absolut. Ähm... Lydia, hi. Hm. Schon ein bisschen später, aber es ist ja später als nie. Fahrenheit, ja, genau. Was war das? Hast du auch so ein Schein? Mapple Seeds. Mapple Seeds, okay. Okay. Ähm... Oh, ich höre draußen zusammen, die kommst mit hoch? Ja. Naja, ich kriege gerade erst mal eins in die Fresse. Echt? Warum? Pfff. 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 Äh, so, jetzt, da, mh, so ein paar... Hast du kein Holz mehr, oder was? Pfff. 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 aber die hilft ja auch nicht mega viel, ne? Nö, das ist okay. Du hast noch einen Regenmantel an, der heizt auf, ne? Habe ich? Ja, zieh dafür lieber ein Poncho an. Der kühlt runter. Das waren Ratten eben, ja. Achso, wir könnten den Ort hier mal markieren, als Außenposten, wenn wir den schon anfangen umzubauen. Das ist eine gute Idee aus dem Chat. Chat hat immer super Ideen. Ja, dann kannst du ihn mal teilen. Dann kann auch Lahn mal gucken, wo wir überhaupt sind, irgendwie so. Bei dem Hitschloch geht auch nichts über ein wärmendes Feuer. So sieht das aus. Es ist leider nur Chart-Meat. Das macht natürlich durstig. Aber irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist immer. Ich packe das Fleisch mal. Habe ich beschert als Außenposten. Lahn? Warum? Falls du dich gefragt hast, wo wir stecken, du hättest da jetzt einen gescherten Außenposten. Wir bauen uns ja gerade ein. Ich kriege das schon mit. Ich höre euch sehr gebannt zu, wie ihr euch da häuslich einrichtet mit Blümchen und so. Mag jetzt falsch klingen. Oh, wir haben auch einen Pinsel gefunden. Das müssen wir nur noch Farbe finden. Hätte ich nur zerrissen. Du zerrissst Pinsel? Du verbrennst auch Bücher, ne? Ja. Und esse Kinder. Die schmecken wie Hühnchen, oder? So, ich packe mal. Stimmt. Da reicht. Packen wir unser Essen und trinken aus dem Bike da oben in die Kiste. Ah, du bist da draußen. Holst dir Mais. Ja. Guter Mann. Das ist schon eine kleine Vorbereitung fürs Hardcore-Event hier. Einfach mal kurz so ein kleines Haus zu improvisieren. Finde ich gut. Okay. Naja, du weißt ja, plötzlich, ne? Es ist Nacht und dann, äh... Sag mal, da kommt mir gerade eine Idee. Mhm. Hast du noch Konserven-Dosen? Ja. Packst die mal in die Kiste? Sind drin. Ich packe die radioaktiven Pilze jetzt auch rein. Alles, was wir haben. Boah, mir geht's echt nicht gut von der Gesundheit. Das hab ich voll unterschätzt. Ich hätte mir mehr Gesundheitssachen mitnehmen sollen. Und wir haben hier kein Bett. Oh, wir sind bei 28 Minuten. Sehe ich gerade. Dann lass uns doch mal wieder einen Cut machen, oder? Ja. Okay. So, dann sehen wir uns, wenn's wieder Tag ist. Nächste Folge, dann bringe ich Wasser mit. Okay, bis dann. Was, wenn's wieder Tag ist? Echt? Ja. Okay, ja gut, machen wir das so. Okay, tschü.